Ich bin Auszubildende bei VITOS Gießen Marburg als Pflegefachfrau. Ich bin mehr als zufrieden mit der Ausbildung, weil ich mich gar nicht entscheiden kann, ob ich mich mehr auf den Theorie- oder auf den Praxisblock freue. Zum einen ist es in der Praxis so, dass ich mich sehr auf mein Team freue und auch auf die Patienten. Diese ganzen Krankheitsbilder, die man kennenlernt, findet man kaum woanders. Was mir besonders gefällt, sind die Patientengespräche, denn jedes Mal, wenn ich mit einem Patienten ein Gespräch führe, bin ich unglaublich begeistert von deren Geschichte. Was mich besonders gefreut hat bei meinem ersten Einsatz war, dass mein Team mich so freundlich aufgenommen hat. Die haben mich von Anfang an mit an die Hand genommen und haben mir alles gezeigt, was es zu zeigen gab.